Jesus, hast du gelesen? Er steht auf der Liste. Als Kandidat fürs Parlament. Er will ihn zum Parlament. Da sind sie wieder, die beiden Kampfhähne, das berühmte Paar, das in die Filmgeschichte eingegangen ist. Die beiden Helden der kleinen, großen Welt, die sich in gegenseitiger Hassliebe verzehren, doch nicht voneinander loskommen. Diesmal ist der Kampf noch härter. Die Welt soll wissen, dass sich zwischen ihnen nichts geändert hat. Der Gegner muss zur Strecke gebracht werden. Aber immer unter Beachtung der Kampfesregeln. Handgreifliche Argumente werden nur angewandt, wenn es unbedingt nötig ist. Nur dem Laster der Schadenfreude zu entsagen, scheint beiden sehr schwer zu fallen. Wenn du einen Augenblick wartest, kommt vielleicht der Wagen des Kreml vorbei. Das Wahlfieber ist ausgebrochen. Und da außergewöhnliche Umstände außergewöhnliche Mittel erfordern, ertönt diesmal die Stimme der Opposition vom Kirchturm herab. Denkt daran, auch wenn die Wahlzelle noch so dicht verhangen ist, Gott sieht euch. Doch Stalin nicht. Aber was mögen die Roten im Schilde führen? Die Drohungen, die man zu hören bekommt? Lassen das Schlimmste befürchten. Ich sage nur eins. Ausrotten. Physische Vernichtung. Aber so leicht scheint sich Don Camillo nicht geschlagen zu geben. Am allerwenigsten scheint er sich vor einer zahlmäßigen Übermacht zu fürchten. Die große Schlacht des Don Camillo. Kampf auf allen Gebieten. Wir sehen uns wieder bei Filippo. Filippi, Herr Bürgermeister. Filippi. Du verwechselst wieder mal Geschichte mit Geografie. Auf dem Gebiete der Kunst. Auf dem Gebiete der Diplomatie. Und wie wär's mit diesem Prachtstück? Kampf um Bündnisse. Um deinen Vater zu retten, bete, dass er bei der Wahl durchfällt. Doppelspiel auf der einen Seite. Ideologische Abweichung auf der anderen. Ihr Schufte. Das Leben der Sozialismus. Und wenn gewisse Umstände die beiden einmal zu gemeinsamen Handeln zwingen, dann geraten sie in die verwickeltsten Situationen, deren Folgen unabsehbar sind. Ich wollte erklären, dass zwischen halb elf und elf, also in der Zeit, in der die Hühner gestohlen wurden, Giuseppe Bottazzi, der Angeklagte, bei mir in der Kirche war. Ihr Priester arbeitet ja nur mit dem Mund. Oremus, Vobiskum. Ihr sorgt schon dafür, dass euch der Rücken nicht wehtut. Männer wie du werden uns zum Siege führen. Die Männer deiner Generation. Die Männer von 50 Jahren. 49. Achtung, Achtung. Wir geben nun die zweite Namensliste der aufgrund der Stimmenzählung gewählten Abgeordneten bekannt. Front des Friedens, 25. Kreis, Liste 9. Albertoni Marco, Arpugino, Bici Franco. Wird es Pepone gelingen, Abgeordneter zu werden? Wird es Don Camillo gelingen, das zu verhindern? Sie werden es erfahren, wenn Sie die dritte Fortsetzung dieser bezaubernden Schelmengeschichten sehen. Nach Don Camillo und Pepone, nach Don Camillos Rückkehr, nun als Dritter und als Krönung die große Schlacht des Don Camillo. Wird es Don Camillo. Wird cha Never��, Abplo coração, Bici Marco. Wird saubernden Schelmengeschichten.